Hallo Leute, und es geht weiter mit Curbys Funpack. Und wir werden die Stage mit einem Kirby-Dance. Und wir betreten jetzt die finale Stage von Spring Breeze. Mount Didi-Di! Yeah, da, da. Ich geh jetzt zu Mount Didi-Di. Und dann mach ich ihn so kalt, ich versieg ihn. Ich mach dieses Spiel so klein heute und dann geht's los. Yeah, wir stürmen das Schloss von König Nickerchen. Ja, ich nenn ihn immer noch König Nickerchen, auch wenn's euch nicht passt. Ich mag den Namen besser. Hey, lass mich nur. Und König Nickerchen, ähm, ja, muss wohl da rein. König Nickerchen werde ich auch ohne Fähigkeit reiten. Siegen? Wow. Bam. Okay, da bist du schon. Charmchen, King Dedede, Challenger, Kirby. Wer wird gewinnen? Und genau, ähm, Moment, war es links? Genau, ich glaub links war das. Ich will euch mal was Nettes zeigen. Hier links, seht ihr die Zuschauer? Toad, Mario und Luigi und Burlo. Peach ist da auch ganz leicht zu erkennen. Ist auf jeden Fall auch ein ganz nettes Easter Egg. So Nintendo-Charaktere in einem Kirby-Spiel einzubauen. Das Ganze kann man auch bei Megaton Punch, bei dem Minispiel sehen. Wow. Welches ich natürlich im Anschluss mal so spielen werde. Nach diesen ganzen Minispielen. Äh, Minispielen nach den ganzen Spielen. So, du kommst mit deinem Hammer. Du bist Geschichte! Äh, Minispielen nach den ganzen Spielen. Irgendwie war es zu leicht. Egal. Wow. König Nickerchen ist schon... Bam. Außer Festung weg. Tschüss. Schreiben in der Karte. Und wir sehen wieder denselben Abspann wie in Kirby's Reeland. Allerdings nicht mit 5 Stern, sondern mit 4 Stern. Und Kirby wird wieder zum Ballon. Yeah. Und das ganze Essen. Oh, ich krieg jetzt Hunger. Auf Eis. Ähm. Wenn ich Eis schon sehe, ich krieg Hunger drauf. Mann. Und. Stuff. Jetzt könnt ihr schnell durchlesen. Viel Spaß dabei. So schnell kann keiner lesen. Also, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, wie Corinne so schnell da durchgehen zu lassen, der hat einen Knall. Es sind dieselben Credits wie bei Kirby's Dreamland, dann kann ich es ja verstehen. Aber sonst. Das kann keiner lesen so schnell. Alamanic Translations waren das, die das übersetzt haben. Muss aber sagen, ist ziemlich schwach übersetzt. Also, einige Sachen hätten sie auch übersetzen können. Zum Beispiel da, wenn man, ja, wenn man ein Spiel auswählt, dieser Text da, hätten sie auch übersetzen können. Ich meine, Alamanic Translations haben auch schon gute Translations gemacht. Das ist weh. Naja, egal, wollen wir nicht über die Translations weckern. Es wurde auf Deutsch übersetzt, also wollen wir mal nicht weckern. Auch wenn es nicht wirklich viel bringt. Und next. Wir dürfen das nächste Spiel machen. Kirby erlaubt es uns. Und wir haben Dreamland vor dem Verhungern gerettet. Okay, ähm, Start. Gut. Und damit ist Spring Breeze... Blah, äh, Entschuldigung. Spring Breeze schon mal abgeschlossen. Und ich würde sagen, als nächstes mache ich Gourmet Race. Wir machen ein Rennen gegen König Linkerchen. Race Route Gourmet... Gourmet World. To the finish. Gobbling up all the tasty treats you can find. Yo, fressen bis zum geht nicht mehr. Grand Prix mache ich natürlich. Weil sonst geht es nicht als geschafft. Spielst du zum ersten Mal Gourmet Race? Nein. Erreiche das hier vor King Dedede. Yeah. Esse auf dem Weg dorthin so viel wie du kannst. Ich weiß. Derjenige, der das meiste Essen hat, gewinnt. Und wir müssen rennen. Go, go, go. Spring war B, oder? Äh, ich probiere es gleich erst aus. Auf jeden Fall müssen wir schneller als König Nickerchen sein. Und wirklich das meiste Essen nebenbei auch noch auffuttern. Oh Gott, äh. Ui, scheiß Wasser. Ah, okay, König Nickerchen, du machst das für mich. Ah, das ist scheiße. Ich habe einen Vorsprung gegeben. Ja, komm, 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 komm. Okay. Ach. Mann, fress mir doch nicht alles weg. So, komm, komm, komm. Kirby, komm, 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 komm. Da ist er zieht. Lass mich. Ah. Okay, ich habe gewonnen. 33 zu 10. Wow. Du, 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 du. Ah, ja. Oh Mann, die tolle Musik ist weg. Schade. Egal. Die Musik der Freund mochte ich auch sehr gut. Naja, egal. Ich muss mich jetzt hier aufs... Ah, warum rennst du nicht? Rennen konzentrieren und nicht so viel zwischendurch rumlabern. Wobei das Rennen eigentlich ziemlich leicht ist, wie ihr seht. Ähm, King DDD hat, äh... Ja, manchmal sage ich King DDD, manchmal König Nickerchen. Ich weiß nicht, ich werde mich nicht einig. Naja, egal. Äh, auf jeden Fall hat er noch nicht so viel Futter. Und dieser Modus ist auf jeden Fall noch leicht. Und hiernach werde ich wohl erst den Dynablade-Modus machen. Ja, hiernach kommt erstmal Dynablade. Weil The Great Cave Offensive braucht dann wohl doch schon etwas länger, etwas mehr Videos. Und von daher würde ich sagen, mache ich das erst später. Dynablade könnte vielleicht auf ein Video noch passen. Na, da... 42 zu 20. Wey. Wey. D-d-d-d-d. You lose. Du, 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 du. Du, 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 du. Ich brauch keine Fähigkeiten. Ich mach dich so schon fertig. Oh ja. Du bist zu langsam und zu fett zugleich auch noch. Dann werd ich gewinnen und deiner Blade-Modus wartet auf mich. Juhu. König Nickerchen ist echt zu larm. Also, ich finde, dieser Modus ist echt zu leicht. Weil man hier wenigstens, äh, Schwierigkeitsstufen einstellen könnte. Aber nein. Die Entwickler waren zu faul dazu, das zu machen. Glaub ich. Äh, boah, die kannst du nicht aufglafen, ey. Ich wusste schon immer, König Nickerchen ist fett. Das war gerade der Beweis, ey. Und seit wann können König Nickerchen überhaupt fliegen? Ich meine, ähm, er ist nicht Kirby. Er ist, ähm, ja. Was ist er eigentlich? Darüber habe ich mir noch keine genauen Gedanken gemacht. So, hier lang. Und Futter, Futter. Oh, links, links, links. Komm, komm schon, komm schon. Kirby, wir schaffen das. König Nickerchen ist... Äh, wo muss ich lang? Ah ja, okay, da. König Nickerchen ist keine Herausforderung. Komm, Kirby, wir fliegen schneller. Los, komm, Kirby. Ah, recht, 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 recht. Scheiße auf die Maxi-Tomate. Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Los, komm, bitte, bitte. Und Goal. Es war zu leicht. Gut. Gewonnen, gewonnen, gewonnen. Total. 199 zu 51. Ha, 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 ha. Yeah. Wir haben gewonnen. Und damit haben wir auch schon den Go-Mit-Race-Modus geschafft. Naja. Irgendwie sehr kurze Spiele. Aber eine tolle Sammlung, finde ich. Und, ähm, damit schließen wir... Ähm, stimmt. Ja, es gibt ja noch diese Zwischen-Sequenzen. Das will ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Yeah. Und Kirby ist in Gourmet-Land, wo es alles zu futtern gibt. König Nickerchen. Ah, er frisst schon alles weg. Ähm. Nein! Ähm, nein. Ich wollte das nicht nochmal machen. Toll. Ähm, kann ich das auch beenden? Na, leck mich doch. Ähm. Ah. Toll, ich kann's nicht beenden. Was soll der Scheiß? Ach, Mann. Ey, das ist jetzt echt blöd. Och, Kacke. Und wenn ich jetzt Reset mache, dann ist alles im Arsch. Toll. Oder? Okay, ähm. Ich mach's mal. Ich versuch's mal. Und wie er jetzt ist alles, äh. Boah, dann friss ich im Wesen. So. Kirby's Fun Pack. 17. Okay. Hat er gespeichert. Drei hat einen Stern. Go, mate, race. Gut, jetzt kommt Dinoblade. Dinoblade is destroying all the crafts. She must be stopped. Master the different abilities to end the future. Okay, Leute. Ähm. Ich mach in diesem Video jetzt schon mal eine Pause. Auch wenn's gerade mal neun Minuten sind. Aber ich will Dinoblade in ein Video machen. Also, selber in, ja. In so viele Videos, wie ich's brauch. Okay. Mit Spring Breeze und Gourmet Race hab ich schon mal abgeschlossen. Und im nächsten Video folgt wirklich Dinoblade. Freut euch drauf. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.